Im wunderschönen HWDR Servus Kosti. Die Einfachheit ist es. Die Einfachheit der Gerichte ist etwas, was mich immer wieder fasziniert. Wie perfekt, perfekt, ja dieses Wort ist extrem umstritten bei mir, aber in dem Fall traue ich mir es fast zu sagen, perfekt etwas sein kann. Es gibt heute zwei Dinge zu essen und zwar gibt es einen Saibling, den darf man einbeizen, räuchern und dazu gibt es einen Beigel mit Butter. Alles selber gemacht, Saibling eingebeizt, Saibling geräuchert, lauwarm auf den Tisch gestellt. Den Beigel machen wir nach einem Originalrezept des besten Beigelkochs, den ich kenne.